Kabbalah Bhati ist eine Atemübung und die nennt sich auch Feueratmung. Kabbalah Bhati ist, dass wir schnell ein- und ausatmen durch die Nase. Bei der Einatmung lassen wir den Bauch los und ausatmen, zieh den Bauchnabel so richtig doll nach innen Richtung Wirbelsäule. So das Gefühl entsteht ein bisschen wie so ein Blasebalg. Also schnell ein- und ausatmen durch die Nase, das klingt so. Und bei der Einatmung wirklich bewusst den Bauch loslassen und dann wieder extrem bei der Ausatmung Bauchnabel so Wirbelsäule ran. Kabbalah Bhati reinigt unseren Atemwege und Lungen und beruhigt auch unseren Geist.